Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Zwillinge, heute findest du dich vielleicht in der Rolle eines Vertrauten wieder, wenn ein enger Freund oder Partner dich um Unterstützung bittet. Sie haben vielleicht mit schwierigen Gefühlen zu kämpfen und suchen bei dir Trost und Verständnis. Deine natürlichen kommunikativen Fähigkeiten und deine einfühlsame Art machen dich zu einer hervorragenden Person, an die man sich in Zeiten der Not wenden kann. Es ist jedoch wichtig, dass du deinen Wunsch zu helfen mit deinen eigenen Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen in Einklang bringst. Biete deinem Freund oder deiner Freundin so viel Unterstützung und Zeit an, wie du dir leisten kannst, aber denke auch an deinen eigenen Zeitplan. Du musst Besorgungen machen, Aufgaben erledigen und dich möglicherweise mit anderen Menschen treffen. Es ist wichtig, dass du ein Gleichgewicht findest zwischen dem, was du für deinen Freund oder deine Freundin tust, und deinen eigenen Bedürfnissen. Wahrscheinlich fühlst du dich heute in verschiedene Richtungen gezogen, was typisch für einen Zwilling ist. Das kann sowohl anregend als auch überwältigend sein. Es ist wichtig, dass du dir deiner Gefühle bewusst bist und weißt, wie du die Situationen, denen du begegnest, interpretierst. Wenn du eine gewisse emotionale Distanz bewahrst, kannst du besser durch diesen Transit navigieren. Besonders an Tagen wie heute ist es wichtig, dass du deine Emotionen mit deinen Handlungen in Einklang bringst. Überlege dir, ob du deine emotionale Energie in ein Workout zu Hause oder in eine andere Form von körperlicher Aktivität umwandeln willst. Auf diese Weise kannst du deine Gefühle körperlich verarbeiten und aufgestaute Energie loslassen. Vielleicht hat eine bestimmte Situation in deinem Leben einen kritischen Punkt erreicht, der durch erhöhte Spannung gekennzeichnet ist. In solchen Fällen ist es wichtig, dass du deine Beteiligung oder deinen Beitrag zu dem Problem nicht verleugnest. Erkenne deine Rolle an und bemühe dich, mit allen Beteiligten auf Harmonie und eine Lösung hinzuarbeiten. Das erfordert Ehrlichkeit, Selbstreflexion und die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten und eine gemeinsame Basis zu finden. In Herzensangelegenheiten, vor allem wenn du eine Beziehung zu jemandem vertiefen willst, musst du dich heute auf mehr als nur deinen Charme und deine Anziehungskraft verlassen. Sinnvolle Gespräche über Überzeugungen und Wertvorstellungen könnten besonders effektiv sein. Diese Art von Diskussion kann zu einer neuen Ebene des Verständnisses und der Intimität führen. Sie öffnen die Tür zu einem tiefgreifenden Austausch und können dir auch neue Einsichten vermitteln, die deinem eigenen Wachstum und deiner Perspektive zugutekommen. Sei vorsichtig mit dem Quadrat zwischen Mond in Schütze und Neptun in Fische, da dieser Aspekt die Grenzen zwischen Träumen und Realität verwischen kann. Dieser Transit könnte dazu führen, dass du Situationen falsch interpretierst oder dich zu sehr in Wunschvorstellungen ergehst. Es ist wichtig, geerdet und realistisch zu bleiben. Die Konjunktion des Mondes mit Merkur in Schütze sorgt jedoch für eine leichte und kommunikative Atmosphäre und ist damit eine hervorragende Zeit für herzliche Gespräche mit deinen Lieben. Wenn der Mond im Laufe des Tages in den Steinbock wandert, wirst du eine Verlagerung hin zu einer bodenständigeren und pragmatischeren Energie spüren, die ideal ist, um praktische Ziele zu setzen und Pläne zu machen. Die Astrologie weist auf einen außergewöhnlichen Tag in der nahen Zukunft hin, einen Tag, den die Sterne als den besten aller Zeiten bezeichnen. Obwohl dieser Tag nicht unmittelbar bevorsteht, ist er in den Himmelskalender eingraviert und wartet auf seinen Anbruch. Es ist ein Tag, an dem sich die kosmischen Kräfte in einer Symphonie positiver Einflüsse vereinen und eine einzigartige Gelegenheit für tiefgreifende Veränderungen im Leben schaffen. Die Bedeutung dieses Tages liegt jedoch nicht in einem flüchtigen Moment der Freude, sondern in seinem Potenzial, ein Wendepunkt zu sein, ein Katalysator für dauerhafte Veränderungen. Die Planeten, insbesondere Jupiter, bewegen sich in Positionen, die auf eine Zeit außergewöhnlichen Glücks- und außergewöhnlicher Gelegenheiten hindeuten. Dieses Himmelsereignis ist nicht einfach nur ein Glückstag, sondern ein Höhepunkt deiner bisherigen Bemühungen, deiner Widerstandsfähigkeit und der Ausrichtung äußerer Faktoren, die zu bedeutenden und positiven Veränderungen im Leben führen werden. Im beruflichen Bereich könnte dies die Verwirklichung langfristiger Ziele bedeuten, vielleicht eine Beförderung oder ein unerwartetes, aber lukratives Jobangebot. Es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass sich deine berufliche Laufbahn ändert und du einen Weg einschlägst, der deinen Leidenschaften und Fähigkeiten besser entspricht. In deinem Privatleben werden die Auswirkungen dieses Tages ebenso tiefgreifend sein. Es könnte die Zeit sein, in der sich wichtige Beziehungen weiterentwickeln und zu einem tieferen Verständnis und stärkeren Bindungen führen. Für diejenigen, die auf der Suche nach neuen Beziehungen sind, könnte dies die Zeit sein, in der eine wichtige Person in dein Leben tritt oder in der du Menschen triffst, die einen dauerhaften und positiven Einfluss auf deinen Weg haben werden. Die Manifestation dieses besten Tages hängt jedoch nicht nur von den Sternen ab, sondern auch von deinem Handeln und deiner Einstellung. Es ist wichtig, dass du auf die sich bietenden Chancen achtest und bereit bist, sie zu ergreifen. Ein offener Geist und ein positiver Ausblick werden entscheidend sein. In dieser Zeit solltest du dich aktiv mit deinen Zielen und Träumen auseinandersetzen. Deine Handlungen in Verbindung mit der kosmischen Ausrichtung werden der Schlüssel sein, um das volle Potenzial dieses Tages zu erschließen. Konzentriere dich im Vorfeld dieses Tages auf persönliches Wachstum und Selbstverbesserung. Kultiviere deine Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit, denn diese Qualitäten werden dir helfen, das Beste aus den Chancen zu machen, die sich dir bieten. Es ist auch an der Zeit, deine Ziele zu überprüfen und neu auszurichten, um sicherzustellen, dass sie im Einklang mit deinen wahren Wünschen und deinem Lebensziel stehen. Vergiss nicht, dass der beste Tag aller Zeiten nicht nur aus den Ereignissen besteht, die an diesem Tag selbst stattfinden. Es geht um die Reise, die ihm vorausgeht, und die Auswirkungen, die er auf deine Zukunft haben wird. Die Konstellation der Sterne ist ein seltenes und starkes Ereignis, und ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit, langfristige positive Veränderungen in deinem Leben zu bewirken. Bereite dich also auf diesen bemerkenswerten Tag vor, und wenn er kommt, nimm ihn mit offenem Herzen und bereitem Geist an, um in eine hellere und erfülltiere Zukunft zu gehen. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Weltkarte steht für Vollendung, Erfüllung und das Erreichen eines wichtigen Ziels oder Meilensteins. Sie steht für ein Gefühl der Vollendung und für einen Moment der Ganzheitlichkeit. Für den heutigen Tag deutet die Welt darauf hin, dass du kurz davor stehst, etwas Bedeutendes zu erreichen. Es ist an der Zeit, deine Erfolge zu feiern und das Gefühl des Abschlusses und der Erfüllung zu erkennen, das mit dem Erreichen deiner Ziele einhergeht. Die Fünf der Stäbe ist eine Karte des Konflikts, des Wettbewerbs und des Kampfes. Sie steht oft für das Aufeinanderprallen von Ideen oder Interessen, was zu vorübergehendem Chaos oder Spannungen führt. Heute zeigt die Fünf der Stäbe an, dass du vielleicht auf Widerstände oder Meinungsverschiedenheiten stoßen wirst. Es ist wichtig, Konflikte mit Diplomatie anzugehen und Wege zu finden, Differenzen zu lösen, ohne unnötigen Streit zu verursachen. Das umgekehrte Ast der Münzen deutet auf eine Verzögerung oder eine verpasste Gelegenheit in den materiellen oder finanziellen Aspekten des Lebens hin. Es kann darauf hinweisen, dass ein potenzieller Start oder ein neues Projekt auf Hindernisse stößt oder sich nicht wie erwartet manifestiert. Das umgekehrte Ast der Münzen rät dir heute, deine finanziellen oder materiellen Vorhaben neu zu bewerten und zu überlegen, ob es verpasste Gelegenheiten oder finanzielle Rückschläge gibt, die du angehen musst. In ihrer Beziehung zueinander deuten diese Karten auf eine Mischung aus Erfolgen, Konflikten und finanziellen Überlegungen hin. Die Welt feiert deine Errungenschaften und den Abschluss einer bedeutenden Phase, während die Fünf der Stäbe dich ermahnt, alle Konflikte, die entstehen könnten, mit Takt und Verständnis zu lösen. Das umgedrehte Ast der Münzen fordert dich auf, deine finanziellen Bemühungen zu überdenken und verpasste Chancen zu nutzen. Feiere heute deine Erfolge und erkenne sie mit Dankbarkeit an. Wenn du mit Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten konfrontiert wirst, solltest du sie im Geiste der Zusammenarbeit angehen und dich um eine friedliche Lösung bemühen. Nimm dir außerdem die Zeit, deine finanziellen Ziele neu zu bewerten und alle Hindernisse oder verpassten Gelegenheiten bei deinen finanziellen Unternehmungen anzugehen, um zukünftigen Erfolg zu gewährleisten. Untertitelung des ZDF, 2020